Dieses Video ist das erste des dritten Teils der Grundlagen, die wir uns ja erarbeiten wollen, um unseren Ergonomieansatz begründen zu können. Am Anfang ging es in erster Linie um den Menschen, nämlich den Mensch und wie er eigentlich sich mit der Außenwelt abgleichen muss. Wir haben da über Differenzerfahrung gesprochen und vor allen Dingen dann auf die Rolle von Artefakten darin abgezielt. Damit hatten wir dann auch schon irgendwo so die Technik mit drin, zumindest sagen wir mal die Objektwelt. Aber Technik spielt dann da immer eine Rolle. Das zweite Grundlagenkapitel ging natürlich stark um Technik, denn da haben wir uns ja den Computer angesehen. Aber auch da spielte der Mensch wiederum eine starke Rolle, denn das war ja eine computergeschichtliche Darstellung. Aber die war ja nun nicht so, dass es einfach nur so gewesen ist, dann wurde das entwickelt, dann das, dann das, dann das. Sondern es ist ja immer ein Hin und Her gewesen zwischen gewissen Anforderungen auf der einen Seite und technischen Möglichkeiten auf der anderen Seite. Man kann gar nicht sagen, was immer so das Erste und was das Zweite war, ob das eine das andere beeinflusst hat oder das andere das eine. Das greift immer so ganz stark ineinander. Das ist das, was wir Wechselwirkung nennen. Und jetzt in diesem Teil soll es wieder in erster Linie um den Menschen gehen. Technik spielt erst am Ende wieder eine Rolle, denn es geht um das Wahrnehmungssystem. Ich habe die Einschränkung schon mal gemacht. Am Anfang, als ich gesagt habe, wenn ich über Wahrnehmung rede, dann rede ich hier in dieser Vorlesung eigentlich nahezu immer über das Sehen, über die Sichtwahrnehmung, über den Sehsinn. Andere Arten der Wahrnehmung wie Hören und Schmecken und Fühlen spielen eine sehr viel geringere Rolle. Das Hören kommt schon noch dann und wann zum Tragen. Das Fühlen eigentlich kaum und Schmecken eigentlich gar nicht. Bis zu keinem Computersystem, wo man etwas über den Geschmackssinn wissen müsste. Vielleicht ändert sich das in der Zukunft noch, aber im Moment zumindest ist das nicht so. Ich kann es mir auch irgendwie schwerlich vorstellen. Fangen wir an mit unserem Wahrnehmungsapparat und vor allen Dingen dann unserer Sichtwahrnehmung. Wie ist denn unser Wahrnehmungsapparat so eigentlich beschaffen? Wichtig ist, dass wir uns merken, wir haben einen Wahrnehmungsapparat, der angepasst ist, der im Laufe der Evolution entstanden ist. Der ist nicht irgendwie so in die Welt gekommen, sondern im Laufe der Evolution hat sich die menschliche Wahrnehmung angepasst. Man könnte es relativ platt formulieren, die Leute, die Menschen, die besser angepasst waren an die irdische Umwelt, die haben besser überlebt. Die haben entweder besser jagen können oder sie wurden nicht so sehr gejagt oder beziehungsweise konnten, wenn sie gejagt wurden, besser fliehen. Das heißt, Menschen mit dem besser angepassten Wahrnehmungssystem waren die Menschen, die in erster Linie überlebt hatten und die sich dann auch fortgepflanzt haben. Es ist also richtig ganz klassische Evolution, die da dahinter steht. Das Resultat ist dann, dass wir ein Wahrnehmungsorgan haben, ein Wahrnehmungsapparat haben, der an die typischen Gegebenheiten auf der Erde angepasst sind, sondern zwar die Gegebenheiten für das Leben im Freien, nicht für das moderne Leben. Denn in den letzten Jahrtausenden fand so eine Evolution dieser Art eigentlich gar nicht mehr statt. Wenn wir jetzt nun Computer nutzen, dann müssen wir uns darauf einstellen, beziehungsweise wenn wir Computersysteme gestalten, was wir ja machen, müssen wir uns darauf einstellen, dass wir das auf eine Art und Weise machen müssen, die für diese Wahrnehmungsart, nämlich die an die natürliche Umwelt angepasste Wahrnehmungsart, passend ist. Wenn das unpassend wäre, dann erstellen wir Nutzungsschnittstellen, die schwer zu bedienen sind oder im Zweifelsfalle gar nicht zu bedienen sind, einfach schon, weil der Mensch sie nicht richtig wahrnehmen kann. Unser Wahrnehmungsapparat ist nun mal so, wie er ist und wir können den nicht mal eben auf Nutzung an Computernutzungsschnittstellen umtrainieren, denn viele der Eigenschaften sind wirklich fest eingebaut in die Architektur des Wahrnehmungssystems, in die biologische Architektur unseres Wahrnehmungssystems. Und auf die Evolution erst zu warten, nur damit wir Computer richtig bedienen können, das ist ja keine wirkliche Möglichkeit. Es gibt eine ganz naive Interpretation des Sehens und das ist dann eine sehr so technikzentristische Sichtweise des Sehens. Wenn ich nämlich den Menschen einfach mal so beschreibe, als wäre er irgendwie ein Roboter, den wir selbst zusammengebaut haben, und dann sagen wir, ja gut, wir haben vorne im Kopf zwei Kameras und diese zwei Kameras schicken Signale an das Gehirn und dann entsteht irgendwo im Gehirn eine Abbildung der Außenwelt, mit der wir dann Differenzerfahrungen machen können, so wie wir das in der ersten Grundlagenvorlesung besprochen haben. So ist das aber nicht. Sehen ist nicht so einfach. Sehen besteht nicht aus zwei Kameras hier vorne. Und das kann man sich auf relativ einfache Art und Weise klarmachen mit so ein paar Experimenten. Schaut euch doch mal diese Abbildungen hier an. Die sind schon älter, aus einem Buch von 1929 von Wolfgang Köhler, einer der frühen Gestaltpsychologen. Gestaltpsychologie hat sich genau damit beschäftigt, was erkennen wir und gibt es vielleicht Regeln dafür, was man wann erkennt. Die Erkenntnisse der Gestaltpsychologie sind für uns nicht unbedingt maßgeblich. Es gibt da Gestaltgesetze, die man sich mal angucken kann, aber die sind für die Gestaltung, für die eigentliche Gestaltung nicht geeignet. Ein Kollege von mir hat das mal so schön formuliert, Gestaltgesetze sind keine Gestaltungsgesetze. Aber sehr spannend ist das, was wir hier sehen. Auf beiden Bildern, die ihr hier seht, ist eine Vier versteckt. Jetzt frage ich euch, seht ihr die Vier auf dem linken Bild? Ich nehme mal an, alle von euch sehen die Vier auf dem linken Bild. Hier ist die Vier auf diesem linken Bild. Seht ihr auch eine Vier auf dem rechten Bild? Wenn ihr jetzt Pause macht und vielleicht länger hinguckt, dann findet ihr vielleicht raus, wo die Vier auf dem rechten Bild ist. Aber auf Anhieb hätte von euch bestimmt niemand gesagt, hier ist eine Vier auf diesem rechten Bild. Dabei gibt es die gleiche Vier, also eine genauso geformte Vier auf diesem rechten Bild. Warum sehen wir die nicht? Wir sehen ja diese gleichen Linienzüge auf der rechten Seite als Teil von zwei Figuren. Wir sehen sie nicht als einzelne Figur, während wir auf der linken Seite überhaupt keine Schwierigkeiten haben, diese Vier zu sehen. Es gibt also offensichtlich irgendetwas bei uns im Kopf, was so eine Vorsortierung macht, was uns unserem Bewusstsein, diesen Linienzug der Vier jetzt an dieser Stelle, überhaupt nicht zugänglich macht. Ja, wenn das so ist, was soll das denn? Welchen Vorteil hat das denn, dass wir so eine Vorsortierung haben im Kopf? Warum nehmen wir denn nicht einfach alles wahr? Warum sehen wir denn auf der rechten Seite nicht auch die Vier? Dass das so ist, hängt wieder damit zusammen, wie unser Wahrnehmungssystem angepasst ist an die Umwelt da draußen. Und wir haben ein Wahrnehmungssystem, was offensichtlich darauf ausgerichtet ist, eher so zusammenhängende Figuren zu entdecken. Und das dominiert auf der rechten Seite. Es gibt bei der Wahrnehmung immer zwei große Notwendigkeiten, will ich mal sagen, die im Widerspruch zueinander stehen. Stellen wir uns jetzt mal Menschen vor, die nicht in einer modernen Stadt oder in einem Homeoffice leben, sondern die irgendwo in einer Wildnis leben. Zum Beispiel in so einer Savanne hier. Diese Menschen leben davon, dass sie jagen und dass sie irgendwelche Früchte sammeln. Wie sollte jetzt so ein Mensch beschaffen sein, vom Wahrnehmungssystem her, um zu überleben in so einer Savanne? Wir müssen jetzt überlegen, wir müssen jagen können und wir haben natürlich auch die Gefahr, dass wir vielleicht mal selbst gejagt werden könnten. Und wir müssen was aufsammeln können, also irgendwelche Früchte, die wir sehen. Es gibt zwei Notwendigkeiten. Es gibt die Notwendigkeit nach Vollständigkeit. Wir müssen alles wahrnehmen können, wenn man mal Vollständigkeit ganz platt formuliert. Wir müssen alles, was in der Umgebung ist, wahrnehmen können, um uns orientieren zu können, um Essbares finden zu können, um Jagdbares finden zu können. Wir können es uns eigentlich nicht wirklich leisten, dass uns was entgeht. Zumindest darf uns nichts Wichtiges entgehen. Gleichzeitig aber müssen wir eine Wahrnehmung haben, die schnell ist. Wenn die Wahrnehmung langsam ist, dann wird das mit dem Jagen schwierig werden. Dann sind die Tiere längst weg, wenn wir noch überlegen, was wir eigentlich gerade gesehen haben, weil die Wahrnehmung langsam ist. Und wir müssen auch eine schnelle Wahrnehmung haben, damit wir zum Beispiel herannahende Raubtiere oder irgendwelche anderen gefährdenden Dinge, kann ja auch ein fallender Ast sein oder was immer es ist, schnell genug wahrnehmen können. Wenn wir die nicht schnell genug wahrnehmen können, dann werden wir gefressen, werden wir vom Ast getroffen oder was auch immer dann passiert. Auf jeden Fall ist es notwendig, dass wir so Dinge, die sich schnell nähern oder irgendwo im Seitlichen irgendwo passieren, dass wir darüber was wissen. Gut, jetzt haben wir zwei Notwendigkeiten. Die eine Notwendigkeit ist Vollständigkeit und die andere ist Schnelligkeit. Tja, da haben wir doch ein Problem. Denn wir können ja nicht gleichzeitig vollständig und schnell sein. Das schließt sich aus. Wenn ich vollständig bin, muss ich alles wahrnehmen und das dauert lange. Wenn ich schnell sein will, kann ich nicht mehr alles wahrnehmen. Das heißt, ich habe hier einen Konflikt. Wir werden sowas später in unserer Gestaltung sehr häufig sehen und werden das da Designkonflikt nennen. Und für diesen Konflikt ist auf das menschliche Wahrnehmungssystem austariert. Das heißt, wir haben ein Wahrnehmungssystem, was gewisse Grundhypothesen, gewisse Vorannahmen für uns macht, sodass wir schnell wahrnehmen können und dabei hinreichend vollständig sind. Es ist also ein Trade-off, der da gemacht wird, der über die Evolution und sich biologisch in unserem Wahrnehmungssystem verankert hat. Es gibt sehr schöne Beispiele dazu, wozu das führen kann. Eines heißt Change Blindness und da möchte ich euch gerne mal ein Video zu zeigen, das sehr schön zeigt, dass man Änderungen, die sich ergeben, auf die man gerade aber nicht achtet, nicht wahrnimmt. Und das ist jetzt hier ein Video, in dem das abläuft und es geht darum, dass hier jemand ermordet wurde, wie ihr seht, und der Mörder soll gefunden werden. Bitte schaut euch doch das Video mal an. Ja, vielleicht habt ihr gemerkt, dass sich innerhalb dieser Szene einige Dinge verändert haben. Am Ende waren einige Dinge nicht mehr so wie am Anfang. Wie viele Sachen haben sich verändert? Ich habe in den letzten Jahren das in der Vorlesung auch immer gezeigt und es kamen immer fünf, sechs, manchmal zehn. Es sind 21 Änderungen, die sich ergeben haben. Man sollte das nicht glauben. Als nächstes kommt die gleiche Szene nochmal, aus einer festen Perspektive von außen, wo man sieht, was sich alles während der Szene ändert. Und, action. Ja, sicherlich, jemand in dieser room murdered Lord Smythe, die, at precisely 3.34 Uhr this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs and something. Well, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest, Lady Smythe. Ihr seht, das war jetzt hier in diesem Fall, ist das aus einer Werbung, nämlich dafür, dass man aufpassen soll auf der Straße, weil man das, auf das man nicht achtet, nicht sieht, was ich ganz lustig finde in dem Zusammenhang. Aus London ist das. Aber diese vielen Änderungen, ihr bestimmt habt ja die ein oder andere wahrgenommen, aber zum Beispiel habe ich nicht wahrgenommen, als ich das das erste Mal gesehen habe, dass derjenige, der umgebracht ist, geändert wurde, das Mordinstrument geändert wurde und der Teppich sich geändert hat. Was ich gesehen hatte, war, dass der Kommissar einen anderen Mantel anhatte. Aber vielmehr, muss ich ganz ehrlich zugeben, war es bei mir zumindest nicht. Warum sieht man diese Änderungen nicht? Üblicherweise, weil man dort nicht seinen Wahrnehmungsfokus hat. Der Wahrnehmungsfokus wird hier in dem Video natürlich für uns gesetzt. Das heißt, wir haben ja keine Möglichkeit, irgendwo anders hinzugucken. Es gibt aber auch schöne Experimente, wo das nicht so ist. Ich habe mal was im Fernsehen gesehen, da haben sie Leute interviewt im Fernsehen und da kam ein Moderator hin und hat jemandem eine Frage gestellt und dann liefen, wie durch Zufall, zwei Handwerker mit einem großen Paket zwischen den Leuten hindurch, zwischen dem Moderator und demjenigen, der dort interviewt wurde. Und dabei wurde immer der Moderator ausgetauscht. Das haben die ganz geschickt hingekriegt, dass dann ein anderer Moderator hinterher stand. Hat fast keiner gemerkt. Und viele haben es noch nicht mal gemerkt, wenn es am Anfang ein Mann war und hinterher eine Frau. Das liegt einfach daran, dass die Aufmerksamkeit an einer bestimmten Stelle ist und Dinge, die der Aufmerksamkeit gerade nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit sind, werden von uns auch weggefiltert, sind der Aufmerksamkeit auch überhaupt nicht zugänglich. Daran merkt man schön das Prinzip der Selektivität der Wahrnehmung. Wahrnehmung ist immer selektiv. Es wird immer eine Vorauswahl gemacht im Gehirn, um das nicht zu überfrachten, was alles bedacht und betrachtet werden muss, im wahrsten Sinne des Wortes dann betrachtet werden muss. Diese Selektivität startet früh, die startet schon im Auge. Selbst unser Auge ist so, dass der Bereich, den wir wirklich scharf wahrnehmen können und wo wir wirklich Farbe sehen, scharf sehen, der ist sehr klein. Das werden wir gleich noch mal genauer sehen. Und das hat Folgen, die man sich klar machen kann mit einem Gedankenexperiment. Stellen wir uns mal vor, wir wären unser Gehirn. Also wir säßen quasi in unserem Gehirn und hätten da die Entscheidungen zu treffen. Sagen wir mal so. Dann haben wir irgendwo unser Auge und unser Auge gibt uns immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt, was da draußen gerade los ist. Man könnte sich vielleicht vorstellen, dass man zum Beispiel in einer Kiste sitzt, wo nur ein kleines Loch drin ist. Oder anders noch, wir sitzen in so einem Panzer und in dem Panzer ist ein Rohr dran und wir gucken immer nur durch das Rohr hinaus. Wir sehen immer nur einen ganz kleinen Teil der Umwelt. Unsere Aufgabe ist es jetzt, dass wir uns Gedanken darüber machen oder dass wir nicht uns Gedanken machen, sondern dass wir ein komplexes Bild der Umwelt uns machen und das sollte möglichst sogar auch aktuell sein, dieses Bild der Umwelt. Wie schaffen wir das, wenn wir immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt sehen? Tja, wir müssen irgendwie raten oder sowas. Eine Möglichkeit wäre ja ohne zu raten, wir würden einfach die Umgebung abtasten. Das heißt, wir würden dieses Rohr, bleiben wir mal bei dem Bild mit dem Rohr, irgendwie nach oben links bewegen und dann machen wir das so, wie so ein Fernsehbild früher aufgebaut wurde. So zeilenweise gehen wir da durch und tasten das Bild quasi ab. Auch jeder Bildsensor an der Kamera funktioniert auf diese Art und Weise. Das kann aber nicht funktionieren, denn das würde richtig lange brauchen. Das heißt, wir müssen irgendwie anders vorgehen. Wir müssen raten. Und dieses Raten, das nennt man üblicherweise nicht raten, sondern das nennt man Hypothesenbildung. Das heißt, wir müssen eine Hypothese darüber bilden, wie sich die Umgebung wohl ist und vor allen Dingen auch, wo man weiter hingucken muss. Wenn ich jetzt irgendwo hingucke mit diesem Rohr, dann sehe ich da ja etwas. Jetzt wäre es schön, wenn ich anhand dessen, was ich da sehe, erraten kann, also eine Hypothese bilden kann, wo ich sinnvollerweise als nächstes hingucke. Das ist auf jeden Fall etwas, was uns hilft. Wenn wir zum Beispiel einen Horizont sehen, dann ist es klar, dass wir nach unten gucken können, um auf die Landmassen zu gucken und nach oben zu gucken, lohnt sich wahrscheinlich nicht unbedingt zum Beispiel. Das ist eine Hypothese, die wir haben können. Wir könnten auch irgendwo hingucken und sehen eine Begrenzung eines Objektes und dann könnten wir erraten, in welche Richtung sich dieses Objekt wohl schließt, wo es also hin weitergeht, um dann da als nächstes hinzugucken. Das ist Hypothesenbildung auf Grundlage dessen, was ich da gerade sehe. Es gibt noch eine weitere Hypothesenbildung, ein weiteres Erraten, wenn ich so möchte, nämlich dass ich auf Erfahrungen zurückgreife. Das habe ich jetzt gerade schon so unterschwellig gesagt. An der Stelle, wo ich sagte, mit dem Horizont, da ist schon eine Erfahrung mit drin, nämlich dass oben dann nichts mehr kommt, wenn man das jetzt mal ganz platt formuliert, wenn ich eine Horizontlinie sehe. Es gibt andere Arten der Erfahrungen, zum Beispiel, dass das Licht von oben kommt und solche Erfahrungen, auf die können wir zurückgreifen, völlig ohne überhaupt etwas wahrnehmen zu müssen. Der Vorteil ist, sehr schnell, das kann aber auch gänzlich falsch sein und das ist dann ein bisschen das Problem daran. Das heißt, sowas sollte man natürlich nur dann machen, wenn die Wahrscheinlichkeit dafür auch wirklich sehr, sehr, sehr hoch ist. Ja, wir nennen das Hypothesen, habe ich da gerade gesagt. Und in der Wahrnehmung gibt es eine ganze Reihe von Hypothesen, die man so formulieren kann, die dafür sorgen, dass die Wahrnehmung schnell sein kann und trotzdem ein hinreichend vollständiges Bild liefert für denjenigen, der mit diesem Wahrnehmungsorgan durch die Welt läuft. Woher kommen diese Wahrnehmungshypothesen? Wahrnehmung ist zum einen mal selektiv, das habe ich gerade gesagt. Wir sehen also immer nur einen kleinen Teil. Dann ist sie konstruktiv. Aus dieser selektiven Wahrnehmung wird ein komplettes Bild quasi rekonstruiert. Sie ist aber auch spekulativ. Das heißt, das Wahrnehmungssystem rät eine ganze Menge. Und, naja, dafür brauchen wir halt diese Hypothesen. Und diese Hypothesen, um gut raten zu können, sind, wo kommen die her? Die kommen entweder aus unserer individuellen Erfahrung. Das heißt, wir haben etwas gelernt, wie wir gut wahrnehmen können. Das kann man auch beobachten, wenn man zum Beispiel sich anguckt, wie Kinder im Straßenverkehr sich verhalten. Dass Kinder im Straßenverkehr sehr gefährdet sind, liegt unter anderem daran, dass sie nicht wissen, wo sie hingucken müssen. Das heißt, sie haben noch nicht gelernt, wo sie ihre Wahrnehmung hinrichten müssen, um professionell, wenn man so möchte, im Straßenverkehr sich verhalten zu können. Wenn wir erfahrene Leute haben im Straßenverkehr, also zum Beispiel einen erfahrenen Autofahrer, dann hat der wie so eine Art professionellen Tunnelblick entwickelt. Das heißt, er guckt immer nur noch dorthin, wo es wichtig ist. Und vieles, was so passiert rundherum, sieht man gar nicht mehr. Das kennt ihr sicher auch selber, wenn ihr Auto fahrt. Und fahrt dann und dann erzählt euch euer Beifahrer, was so alles zu sehen ist. Weil der natürlich diese Notwendigkeit nicht hat, so zu gucken. Und vieles von dem habt ihr gar nicht gesehen. Weil ihr auf ganz andere Dinge achtet, wenn ihr Auto fahrt. Weil eure individuelle Hypothese, wo man als nächstes hingucken muss, verhindert, dass ihr diese anderen Dinge, die der Beifahrer vielleicht sieht, überhaupt wahrnehmt. Ja, und dann gibt es andere Hypothesen, die sind genetisch. Das heißt, die sind über die Evolution eingebaut worden in unser Wahrnehmungssystem. Die haben einen großen Nachteil und einen großen Vorteil. Der große Vorteil ist, sie sind schnell. Und der große Nachteil ist, wir können sie nicht ändern. Und das ist ein Problem für uns in der Erzeugung von Nutzungsschnittstellen. Denn mit vielen dieser genetisch eingebauten Wahrnehmungshypothesen haben wir es zu tun, wenn wir Nutzungsschnittstellen gestalten. Zu einem gewissen Grad kann man sich an bestimmte Dinge gewöhnen, durch individuelle Hypothesenbildung. Aber auch halt nur zu einem ganz gewissen Grad. Soviel zunächst mal zur Einführung in die Architektur der Wahrnehmung und dieses Grundprinzip, was ihr jetzt schon merkt, wo diese Hypothesenbildung. Im nächsten Video gucken wir mal, wo diese Hypothesenbildung beginnt. Die beginnt nämlich schon im Auge. Wo mehr Auf Wiedersehen.